Ich hoffe trotzdem, dass hier irgendwo so ein Kartenstein ist. Aber nein, hier ist ein Händler. Oh, da ist der Kartenstein. Sehr gut. Was hast du im Angebot? Das nomadische Kriegerhandbuch. Vorteile der Gravitationsmagie. Auch sehr schön. Was kann ich dir verkaufen? Nichts, was ich loswerden will, glaube ich. Da gucken wir uns mal schnell die Karte hier an. Wir müssen hier diesen gelöden Sumpf durchforsten. Also dann, let's go. Party Bastards. Äh, was? Ich sehe schon die Bällen. Da ist etwas, was mir interessant ist. Kriegsasche, giftiger Nebel. Das war doch schon interessanter. Tschüss, liebe Werder. Ich habe keinen Bock auf dich. Ja, auf dich habe ich auch keinen Bock. Und auf dich eigentlich auch nicht. Und hier, ein Boss mitten im Sumpf ist schon verdächtig. Eventuell, ich habe die Quest selbst noch nicht gemacht. Von daher muss ich raten. Ja, es ist definitiv verdächtig. Der hatte 5 Trillionen Bogenschützen-Ads dabei. Ich kann es versuchen, aber ich werde 12.000 Mal sterben. Deswegen will ich erst mal schauen, was hier sonst noch rumrennt. Ja, nee, du nicht. Oh, hier sind noch mehr. Oh, hier ist ein ganzes Lager. Verdammt. Ich muss hier weg. Folgen Sie mir nicht. Nein, sehr gut. Wobei dieses goldene Dings, was da rumgesprungen ist, das war schon auch verdächtig. Oh ja, eine Blume. Und, und. Oh, das macht eine Blume, alles klar. Was blüht so schön hier alles? Hier sind wir wieder. Okay, das erklärt, warum hier wieder Blümchen sind. Das ist da drüben ist auf jeden Fall die Stadt. Ja, hier ist uns. Oh, das sind drei von den Viechern. Das goldene Dings, das ist ein Mistkäfer. Nee. Die Mistkäfer kannst du doch sehen. Da drüben haben wir noch ein Feuerchen. Wer rastet da so schön? Ja, ein weiterer. Ein weiterer. Das sagt, was ich sehen muss. Tiefsteinklumpen, Schmetter links, Zeug. Und Munition. Okay. Die Alternative wäre jetzt natürlich bei diesen auffällig im Sumpf platzierten Ruinen. Da ist auf jeden Fall schon mal was. Jetzt komme ich nur noch irgendwie da hin. Jetzt wollte ich Ausweich springen und... Ah, guck an. Ja, oder was bist du? Ich kann nicht mit dir reden, wenn ich auf... Aufsitze. Und du bist in diesem blöden Matsch drin. Ah. Na gut, wir werden halt einmal sterben. Lief dir alles nichts. Lass sie mich ja letztens ein Mal sehen. Ja, was denn? Wer wäre herrliche Klinge, die in der Schadervoll getanzt. Äh, in der Schadervoll. Ja, eher nicht so. Oh ja, ich habe keine Ahnung, was ihr seid. Aber ich muss mal ganz kurz hier weg. Da komme ich so wenig hin. Das ist ja drauf. Da muss ich halt... Ein Meteoritenstab, auch sehr schön. Wäre ich jetzt ein Magier, würde ich mich wahrscheinlich überfreuen. Oh ja, Blümchen. Da liegt noch was. Ein gutes Reisen. Die Kleidung des Reis. Handschuh des Reis. Rose. Parfüm Flasche. Alles klar. In der Gegend hier kann man auch seine News beschwören. Da ist da nochmal ein Ding, wo man runterkommt. Alles klar. Wer sagt, dass man es sehen muss? Ja, 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 ja. So, ich hoffe, ihr lasst mich hier unten einfach mal in Ruhe. Eine Steinschleuder. Okay. Ich hätte jetzt, ähm... Ich wäre jetzt mehr beeindruckt, wenn was anderes drin gewesen wäre. Okay, 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 okay. Ich habe ja schon verstanden. Ihr kommt mal mit hier runter. Also, ich wollte absitzen. Und ich habe auch irgendeinen D-Buff, vor dem ich nicht weiß, was es ist. Komm bitte hier rein. Wir möchten... Wir reden dann wie zivilisierte Menschen. Ja, das war ein Scherz. Ja, ja. Blöde Mauer. Ein Giftpilz. Was sollte er sonst dabei haben? Und ich habe mich einfach gegen die Mauer. Okay. Ich fühle mich leicht vergiftet. Das gefällt mir nicht. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, was du bist, aber auch da möchte ich nicht hin. Quote 63. Los. Los geht's. Wir machen Mission. Oh, gut. Ach, ich bin gar nicht voraus. Äh, vorhersehend. Habe ich eigentlich mittlerweile genügend für... Nein, habe ich nicht. Okay. Und weiter geht's. Hallo, warum? Ach, Inversion. Ja, ist okay. Aber du bleibst da hinten liegen. Ist okay. Vor allem, wie die sind, warst du dich gerade der NPC. Jetzt gibst du vor, ein Player zu sein. I- Sie hätten weders ja zeitartige Namen nehmen können. auf zu unseren rum und auf zu diesem problem ich könnte mir vorstellen dass dieser mpc in bäder das problem ist ja ich weiß ich habe das mit der version mitbekommen ich hätte gerne jetzt nur dass du hier vorbeikommen star wo wir auch kämpfen können ohne dass ich schade auch wurde kriegt da bist du alter alter was hat die genommen Was hat sie genommen? Und wo kriege ich das? Aber großzügig außen rum, um die Wohnen zu sammeln. Muss das Stückchen eigentlich? Nein. Eben sah es nämlich so aus, als könnte man hier rumrennen. Au! Ja, es ist unhöflich, jemanden zu schlagen, der trinkt. Ja, es ist unhöflich, jemanden zu schlagen, der trinkt. Ja gut, gegen den Speed komme ich nicht an. Das kann ich vergessen. Also, gucken wir uns nochmal Commander Lee an. Immerhin ist es ja nicht Jack O'Neill, von daher. Ach, der Commander ist auch direkt hier auf dem Eck. Oder wer auch immer du bist. Du bist nicht der Commander. Ja. Ist der Gegner anders. Das hat ja schon mal nicht funktioniert. Okay, zu Dings-Bekämpfen ist eindeutig schwieriger als... ... 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